Willkommen zu The Hound, The Real Slender Game. Wir fangen... ist so... ja... was wollte ich denn sagen? Ist... ist... ja... von der selben Mache, glaube ich von Slenders oder so. Wir haben extra Bilder oder irgendetwas, welche Bilder die man findet. Option Credits & Leave. New Game. Wer bist du? Noob, Gamer oder Paranormaler? Hier unten steht die... von jeder Schwierigkeitsstufe, was das ist. Du hast hier... unendlich Licht, weil er da eine Taschenlampe hat... die Map wird markiert. Äh... Slender Aggressivität ist... äh... klein. Kein... du musst keine extra Fotos finden und Dunkelheit wird niemals kommen. Gamer bedeutet Batterie, also man hat nicht unbegrenzt... äh... Licht. Kein Markierer, Aggressivität von Slender ist... ja... normal. Extra Fotos zu finden und... äh... die Nacht wird kommen. Und Paranormal ist Batterie... New Marker. Slender hat hohe... Aggressivität. Extra Fotos zu finden... äh... und die... und das Game startet in der Nacht. Irgendwie sind Noobs. What would you do if you woke up in a place you had never seen... Was würdest du machen mit so einem Ort... äh... erwachst, wo du niemals warst? Dann gehen wir einfach mal. So... Hab das noch nie gespielt... Ja... Das... Das wird was... So... Boah... Da ist ein Auto... Da ist ein Auto... Und wir sind da unten... Okay... Das ist... Ja... Nee... 12... Scab left... Let's see what's its monocon on the side... Project... Hound... Target Nummer... 109... Target name... Green Park... Power Station... Objection... Objection... Ich kann das gar nicht lesen... Gerade ist... Komm... Komm mal weg... Ja... Geh doch mal weg... Gut... Komm mal weg... Bitte... Bitte... Geh doch mal zur Seite mal... Ah... Okay... Okay... Nein... Komm mal weg... Oh... Oh... Mein... Gott... Kann man... Ich habe keine Taschenlampe mehr... Oh... Mein... Gott... Ah, mit F kann man das machen können. Der bestimmt ist schon hinter mir, ne? Ja. Woher seid ihr? Oh, da ist ein Haus. Ensel und Grete gehen in den Haus. Oh, Strom, ach so. Boah. Hm. Hm. Okay. 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 Das ist nix Auch da eine Seite 11 Seiten nur Ey, was ist das denn bitte? Oh, komm Mit der Freepie Musik und so alles Einfach mal zur Leuchtturm gehen Er ist ja schon hinter uns oder so, ne? Oh, komm Was sind das für Geräusche immer, bitte? Ich geh da außen hin rum, uh, ist nicht gut Ne Laterne? Okay Es ist gar nicht so einfach, alle Seiten hier zu finden Wo das es gibt Oh, komm Oh, komm Ne Was ist das denn mal für ein Geräusch, dieses Zzzzzzzzzz Ja, schon wieder Oh Gott, ey, komm Ist er hinter mir? Ist er hinter mir? Ich möchte es nicht wissen Oh, komm Oh, komm Oh, komm Komm, ich geh rein Oh, komm Ja, wunderbar sein fabrik muss auch gleich ein karten machen ja muss mich wieder spiel rein nein er will mich nicht wieder spiel einbringen er kommt wir werden ich mir das spiel reinbringen na gut dann habe ich jetzt hier mal auf wenn es denn es